So, hier sind wir wieder bei Playsample und wir machen heute wieder Live in Minecraft. So, für diejenigen, die das noch nicht kennen oder beziehungsweise diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, das ist jetzt ein Video, wo ich dann mit euch reden kann. Ich mache hier Baututorials, dann kann ich ja nicht 10 Minuten mit euch eine Geschichte erzählen, bevor ich anfange zu bauen. So, ich habe ja gesagt, ich habe einen Trailer gemacht, wo ich sage, ich lösche Videos. Viele von euch haben gesagt, löscht die Videos nicht, die sind doch gut zum Erklären. Also, ich verstehe es, ne? Also, okay. Aber, jetzt kommt es. Ich habe jetzt ein Projekt, das kommt morgen komplett weg, egal was ihr sagt. Dann müsst ihr halt von der gewissen Folge dann halt weiterbauen, ne? Das ist ja kein Problem. So, welches wird es morgen sein? Ich werde es morgen Vormittag hochladen. Es ist eine Folge, 38 Minuten. Und dann, was wird es wohl sein? Trommelwirbel. Äh, wo bin ich jetzt? Da. Ne, da, hier. So, nein, da, warte mal. Wir machen Trommelwirbel. Jetzt aber Trommelwirbel. Muss ich mal reinmachen. So, dann jetzt ist es, was ist es? Das Luxus Resort Hotel. So, das ist, warte. Schlag. So sieht es aus. Das Luxus Resort Hotel. So, auf der Seite sieht das ja noch ein bisschen kahl aus, aber in dem Video, was ich hochlade, habe ich hier, was ich jetzt hier gebaut habe, natürlich auch hier mit dem Swimming Pool, die blauen beiden Dinger, Flächen, beziehungsweise die beiden Pools, musste ich noch ausbauen, aber war alles im Video drin. Ist alles im Video drin. So, wenn ihr das jetzt seht, zum Vergleich vom Luxus Resort Hotel, wenn jetzt viele sagen, oh nee, das ist doch, warum löst du das denn? Das Luxus Resort Hotel habe ich in 360 Zeiten gebaut. 19 Folgen habe ich dafür gebraucht. 19 Folgen. Und wenn ich das jetzt wieder bauen würde, so wie jetzt, ich brauche höchstens zwei Folgen, dann ist das Luxus Resort Hotel fertig. Also, wollt ihr 19 Folgen euch durchkämpfen in 360 Zeiten? In 360 Zeiten zum Beispiel, da gab es ja auch nur Blöcke. Da gab es keine Treppe, da gab es keine Stufe, nichts. Es gab einfach nur weiße Blöcke. So, das Luxus Resort Hotel wird natürlich auch anhand, weil wir neue Steine haben mit Blöcke und Treppen, natürlich von außen ganz anders aussehen. Ich mache Verzierung an der Wände, alles so richtig von außen, wird es natürlich nochmal hammermäßiger aussehen. Also, es wird das, kann man sagen, ein Update Luxus Resort Hotel 2.0. So, und das ist es, warum ich die alten Folgen löschen will und neu bauen will. Es wäre das gleiche wie mit zum Beispiel Kölner Dom. Ich brauche den Kölner Dom, das ist dann auch vielleicht fünf Folgen, Patsch, da habt ihr das. Noch nicht mal, ich weiß es noch nicht. Ich habe es noch nicht, ich habe es schon angefangen, aber ich kann es noch nicht sagen. Aber hier seht ihr, wollt ihr zwei Folgen oder drei, vier Folgen oder wollt ihr neunzehn Folgen, wo ich dann so rede, so. Ja, hallo. Mikrofon war ja toll, auch 360-Zeiten mäßig. Da hatte ich das Billigste, was man kriegt, irgendwie auf dem Trödelmarkt oder was ich was. Ja, oh, ich habe mich verbaut. Nächste Folge seht ihr das wieder, ne? Jetzt mache ich das, oh, scheiße, wieder verbaut. Der Bauer ist wieder. Ey, das ist doch ein Zustand. Und, also wenn da einer zum ersten Mal auf meinen Kanal kommt und sagt, boah, ey, der baut voll die Sachen. Und dann kommt er auf meinen Kanal und sagt, alter, was brauchst du denn für eine Scheiße? Wau ab, ich verpiss mich. Ja, aber ey, das waren meine alten Folgen. Bitte, sorry, bleib doch hier. Ja, das ist es dann so. Also, das ist es jetzt. Das Luxus Resort Hotel wird morgen verschwinden von meiner Bildfläche. Jetzt für diejenigen, die sagen, ich bin schon dabei, ich bin bei Folge 10. Dann guckt ihr euch die Folge 10 an, ne? Wo ihr gerade seid. Ihr habt das her gebaut, ne? Ihr wisst ja genau, aha, alles klar. Und dann guckt euch das Video an und dann baut ihr das nach und sagt, boah, genau da geht es jetzt weiter. Und dann schlack habt ihr das, ne? Also, müsst ihr einfach nur gucken, wo ihr dabei seid, ne? So, wie ich schon sagte, das war jetzt eine Information. Das ist halt Live in the Minecraft. Und das kann ich alles jetzt nicht sagen in einem Video, wenn ich anfange zu bauen, ne? So, hier ist unser erster Pool. So, wie ich schon sagte, im Video ist das alles erklärt. Hier die ganze Grünfläche habe ich schon gebaut. Hier muss ich es noch machen, weil ich das jetzt noch nicht fertig habe. Hier die beiden Pools habe ich auch alles erklärt. Das ist alles drin. Das muss ich alles nur noch einbauen. So, jetzt gehe ich noch runter schwimmen. Und dann würde ich sagen, morgen Mittag könnt ihr dann hier das Luxus Resort Hotel 2.0 bauen. Und dann werde ich auch hier richtig schön in drinnen, beziehungsweise außen, es ganz anders verzieren wie das alte Hotel. Weil, wie ich schon sagte, 360 Zeiten gab es keine Stufe, keine Treppe, nichts. Jetzt einfach nur weiße Blöcke. Und jetzt haben wir natürlich hammermäßig mehr Blöcke und können das dann auch viel besser designen. Und für diejenigen, die wirklich völlig Bananen im Kopf sind oder verrückt sind, da habt ihr jetzt ein Projekt für Survival. Oder wenn ihr mal Twitch macht, baut doch das in Survival. Also das ist, wie ich schon sagte, die Sachen sind für euch. Was ihr damit macht, ob ihr auf Twitch das nachbaut oder was weiß ich, oder ihr sagt, das habe ich gebaut, ist kackegal. Es ist euer Projekt, ich baue nur die Vorlage und was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Wie zum Beispiel bei Twitch. Wenn ihr jetzt kein Projekt habt, ich habe mal Twitch ab und zu mal geguckt. Wenn ich da sehe, wie die Leute, obwohl die spielen alle PC, ich sage das irgendwie innen zur Zeit, alle spielen PC. Aber wenn die da Sachen hinbauen, Survival, dann denke ich, ey, bauen wir lieber ein Hotel nach. Ey, ist besser, ne? So, dann würde ich sagen, viel Spaß und wir sehen uns morgen, werde ich das hochladen. Die alten Folgen sind dann flutsch futsch. Auf Wiedersehen. Dann müsst ihr euch halt merken, wo ihr seid. Und dann habt ihr morgen den Anfang des Luxus Resort Hotels 2.0. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020